Hand, Fuß, Weg, Kiab! Lauter, Kiab! Oder auch nur Kiab. Heute ist Dienstag, Taekwondo. Eine von zwei Stunden in der Woche, in der ich mich mal wieder so richtig ausbauen kann. Eine von zwei Stunden, in der ich endlich mal wieder die Grenzen meiner selbst, die Grenzen meines Körpers ausprobieren und spüren kann und darf. Eine von zwei Stunden, in der ich meine über den Tag verlorene Ruhe wiederfinden kann. In der ich den ganzen angesammelten Ballast, den Stress von der Schule, zu Hause, egal von woher, von mir schütteln kann. Wie ein Hund, der sich gerade im Fluss erfrischt hat und sich trocknet, damit Herrchen ihn wieder ins Haus lässt. Eine von zwei Stunden in der Woche. Eine von acht Stunden im Monat. Eine von acht so vielen Stunden im Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon durchgemacht habe. Nicht, wie viele ich habe ausfallen lassen. Nur, dass ich es schon sehr lange mache. Ich weiß nicht, wie oft ich mich gedrückt habe. Nicht, wie oft ich unbedingt darauf bestanden habe, zum Taekwondo zu gehen. Nur, dass ich tat, was ich tat, um das zu tun, was mir gerade am liebsten war. Aber ich weiß, dass ich mich nach jeder noch so erschöpfenden Stunde wohlgefühlt habe und ich stolz auf etwas war, auf mich. Ich kenne viele Leute, die mal anfingen, aufgehört haben. Ich kenne aber auch viele Leute, die anfingen, dabei blieben. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es mehr als nur einen Taekwondo geben muss. Ich habe vernommen, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt zwischen demselben und dem gleichen. Eine Freundin fragte mich einmal, wie es möglich sei, dass eine weitere Freundin von ihr erst seit ein paar Monaten trainiere und schon genauso weit sei wie ich, die zu dieser Zeit schon über ein Jahr gemacht hat. Ich, erfahrungslos, antwortete, dass es darauf ankommt, wie gut man sei. Mittlerweile weiß ich, dass das inkorrekt ist, denn es kommt ja darauf an, nach welcher Trainingsteil es möglich ist, die Gürtelfarbe zu wechseln und das hängt von seinem Verein ab. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Arten, Taekwondo zu betreiben. Das im Sportverein mit Wettkampfabsichten und das in der Privatschule, in der viel Wert auf das Zusammenspiel verschiedenster Faktoren gelegt wird. Somit darf man eine klare Linie, eine feste Grenze ziehen zwischen dem traditionellen Taekwondo und dem anderen. Es ist ein Unterschied, ob man als Fußballer jeden Sonntag ein wichtiges Match austrägt oder nur in der Freizeit den Garten und Mamas heißgeliebte Blattbegonien unsicher macht. Nicht umsonst ist Taekwondo Teil der Olympischen Spiele geworden. Ich persönlich bevorzuge Traditionelles, für das auf alle wichtigen Bereiche des physischen, psychischen und spirituellen Ichs Rücksicht nimmt. Das bekanntere andere ist das, was viele veranlasst, das Handtuch zu werfen, weil es ihnen irgendwann zu öde wird, sich immer nur wieder zu wünschen, mal wieder auf dem Siegerpotest stehen zu dürfen. Aber traditionelles Taekwondo ist weit mehr. Es trainiert die Merkfähigkeit, erfordert Konzentration und fördert die Motorik, denn es ist nicht immer so einfach, das Gesagte richtig in die Tat untersetzen. Es benötigt Kraft, um die Bewegungsabläufe professionell ausziehen zu lassen, nicht nur um Holzbretter mit der bloßen Haut durchschlagen zu können. Es braucht einen gewissen Teamgeist, wenn es zum Beispiel heißt, eine Serie von vielen verschiedenen Bewegungen synchron zu laufen. Zudem ist eine enorme Steigerung der Ausdauerfähigkeit dann nur noch ein positiver Nebeneffekt. Und genau das ersetzt mir jede andere Sportart, weil Taekwondo alle Bereiche ausreichend umfasst. Ich mache Taekwondo schon seit knapp neun Jahren. Am 19. März 2010 darf ich zehnjähriges Jubiläum feiern. Feiern, dass ich schon ein Jahrzehnt dabei bin. Feiern, dass ich dann bald Schwarzkurt werden darf. Und auch wenn Schwarzkurt ein großes allgemeines Ziel in der Taekwondo-Karriere ist. Aufhören kommt nicht in Frage. Jedenfalls so lange nicht, bis es durch Universitätsbesuche in einer weiter entfernten Stadt verhindert wird. Und selbst danach würde ich fortfahren. So viel steht fest. Wasse Mehrz Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020